Was hast du? Sehr witzig. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uno Part 2. Ronny! Zusammen mit Michael. Der gerade was... Ronny! Bitte nicht übertreib. Was tue ich? Übertreib. Ronny! Mal klicken. Michael ist ja witzig. Michael ist auch dabei. Guten Tag! Ja und weiter! Ja, hallo! Ah, geht doch. Ich weiß nicht, was du wolltest. Na, ich wollte, dass du nur hallo sagst. So, dann sag das doch. Na hallo, ich bin in der Aufnahme, da sagt man dann hallo. Wenn ich deinen Namen gesagt habe. Tschüss! Gehst du jetzt offline? Nee! Leute, wir haben gleich 4 Uhr nachts. Wobei ich dann noch wach bin und aufnehme. Demnächst! Ja, ey. Nee, ich lecke nicht. Weil du hobbylos bist. Na hör mal. Und Langeweile hast. Du Ronny! Ja! 7! Wieso? Oh! Verdammt! Uno hab mich versaut! Scheiße! Ich hab Uno versaut! Nein! Kein Uno! Nein, kein Uno! Hallo? Guten Tag! Dir wünschen? Guten Tag! McDonalds! Ich liebe es! Ich liebe es! Ich liebe es! Das wird so lustig! Michael! Gehst du gleich pennen? Oder wie lange wird's denn noch durchmachen? Durchmach hab ich nicht vor eigentlich. Jo. Oh ja, dann hab ich endlich Ruhe, dann hab ich geküsst. Yeyyeyyey. Ich dachte, du stehst auf mich. Was? Hihihi. Klaus, Klaus, Klaus. Ist doch gerne in meiner Nähe. Mein Klinger. Ja, aber ich will ja nicht, dass du gehst. Wir sind doch Brüter. Ist klar. Hm, ist der wirklich? Oh. Morgen schneit es. Rot. Nein, kein Blau. Na toll. Hallo zu Ronny. Ja. Störung. Störung. Okay, hast du hier. Bing. Wie ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau? Das wird's mit Tagesschau. Oh, wie süß. Hat da jemand Bäuerchen gemacht? Das ist doch für dich. Aha. Ich mach nie Brüchen. Ich mach nie Brüchen. Ist klar. Stimmt wirklich. Stimmt wirklich. War klar, dass es jetzt kommt. Na komm, das war witzig. Hast du Corona noch? Ne. Corona Bevis. Ich bin doch witzig. Hast du Corona gefrühstückt? Ja. Ne, war das? Der war ausverkauft. Ne. Der war ausverkaufte Clown. Ne. 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 Habe ich nicht gesagt. Ach so, okay. Ich hab mich nicht richtig verstanden. Meine Ohren waren taug. Machen wir jetzt wohl Challenge, wer die meisten Karte hat? Oder wie läuft das jetzt ab? Oh Mann. Rähnst du mit deinem Botster? Was? Rähnst du mit deinem Botster? Was? Rähnst du mit deinem Botster? Nein. Hier. Die... Ja, ich bin nicht mit. Was soll ich denn da machen, du Witzbult? Ja, mithelfen. Ja, lustig. Oh, meine Karte ist weg. Rähnst du, 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 Rähnst du. Oh. Ander hat's aber gehört. Oh, ich konnte's grad so legen, Leute. Der war rot und ich konnte's einfach trotzdem legen. Ein Double TT. Ander King gewinnt. Pff. Hm, ist klar. Ene. Ja, der hat kein Blau. Mach, ja. Ja. Haha, so ein Rohr nicht auf 10. Oh, der hat ein 0. Ah. Das war Mist, ich hätte nicht lästern dürfen. Ich setze aus, okay. Ist ja nichts Neues, gell. Einen Bellen? Nein. Hä? Warum nehmt ihr nicht euren Partner hier? Ich hab keine Gründung, kleinen Mietzpult. Ich hab keine Gründung. Ich hab keine Gründung. Was meinst du eigentlich so, Geier? Ach so. Ich hab ja keinen Plan. Neues. Oh, nee. Warum machst du immer Rohr, nee? Oh, deiner Bist. Ha! Na, Kleiner. Oh, du hast mich aber echt tops genommen. Losen! Ja! Der hat 4 Karten. Der muss 4 Karten ziehen. Warum freu ich mich da eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht. Viel Spaß bei der Luft. Also, ich hatte nur Gelb. Okay, das müssen wir uns merken. Ich hab nur Gelb gehabt. Okay, wir müssen den Thema wechseln. Wir müssen den Thema wechseln. Hä? Wir müssen Thema wechseln. Ah ja. Ich meinte mit der Farbe. Im Thema vor allen Dingen. Ja. Gutes Deutsch. Ja. Hm, das stimmt wirklich nicht. Hm, das stimmt nicht wirklich. Und jetzt wieder. Nicht wirklich. Das ist schon so ein Sternerspruch. Ja. Störung. Wirklich. Und die hast du. Oh, Kleiner. Ja. Grün, Grün. Bin ich auch. Yay, der darf hier Karten ziehen. Du, 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 du. Der eine setzt aus. Setzt aus. Nimm uns. Das ist ja witzig. Äh, das ist aber nicht angeplant. Ich muss zwei Karten ziehen. Du Kleiner. Ah, du hast meine Karte geklaut. Ey, die haben meine Karte geklaut. Das gibt wieder. Du armes Tuk Tuk. Ich hab meine Karte. Keiner Heil. Hab ich gefressen, die Karte. Ah, der hat schon wieder was seine Karte. Warte, aber ich kann nicht mehr wehdrücken. Ja. Gute Idee. Dann setze ich ihn aus. Äh. Ich konnte... Kennt man's? Ja. Aber nicht in echt. Schade. Warum schade. Okay, damit's mal Zeit. Boah, für dich. Junge, wir haben die längste Runde ever. Ja. 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 Stimmt. Oh. Als ich nicht auch eine 7 hatte. Müssen wir in Wiederholungsaufgabe gucken. Äh. Hier. Zack. Einmal zurück. Wenn er zurück macht, nehme ich die 1. Ah, nein. Kann ich nicht die 1 nehmen. Dann nehme ich die 6. Okay, die 9. Für mich kann's ne gute sein. Ah, ja. Sex. Achso. Ja, ja. Nicht das, was du denkst. Das gefällt dir doch. Hallo, sowas sagt man nicht in einer Aufnahme. Kannst du ja rausschneiden. Oder rausbieben. Oh. Musstest du das ernsthaft zerhacken? Ach, Schaufe sitzt da aus, ha? Pech gehabt. Horny. Wie viel Kapp da drauf zieht. Rot. Okay. Find uns? Sehr witzig. Find ich auch. Find ich auch. Find ich auch. Pfff. Okay. Okay. Oh, er hat nur gelb aus. Nice. Der setzt mal aus. Kein Problem. Er hat ne 4. Er hat nur auf. Wir müssen ein Thema wechseln. Junge, die längste Ära-Runde der Welt. Äh, die Welt. Ne. Der Welt oder die Welt. Ich glaub der Welt. Wo gibt's den Kenton? Aha. Wo gibt's keinen Ton? Mit meiner App. Ich hab keinen Ton hier. Mit Schmutz. 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 Ja, ich hab einen Karten noch aus. Sack. Dann mach ich das. Oh nein. Das war blöd. Aha, er darf zwei Karten ziehen. Und ich mach das. Das ist voll ehrenlos was ich gemacht habe. Uff hier karten der Hottchen. Uff, oh Gott, oh Gott. Ja, oh, oh Gott. Gibt's ja voll wild? Ja, endlich. Du musst die scheiß, wär doch nicht angucken. schmutz 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 mein kleiner schmutz Begne 3! Nein! Er hat meine Karte geklagt! Na, warte mal! Ha! Kann doch noch das Leben! Ach, du bist der Baby! Nein, das ist das! Ich habe gewonnen! Oh, ich habe gerade so noch irgendwo nur gedrückt! Unge, jetzt habe ich keine Karte mehr! Oh, Glückhaft! Deine beschützt mich! Hey, hallo! Darf ihr auch noch? Hey, hallo! Ich will gewinnen! Wir sind fast am gewinnen! Leute! Na, könnt ihr nicht auf dies so machen! Ja, genau! Ich habe schon sieben Karten! Neun Karten! Ne, ach, sieben Karten habe ich jetzt! Ja, grüne! Hä? Wir hatten gerade grüne! Warum haben wir da nochmal grüne? Also, das verstehe ich jetzt wirklich nicht! Pff! Was? Pff! Hallo! Wie kommt niemand da her? Ach, Leute! Ich schreib mal kurz was meine Mutti! Ich bin ne harter Angst! Du bist abgehauen! Oh du armer! Oh du armer! Das wäre lustig wenn es über meinen Kopf wäre! Ach, hey! Haben wir auch Glückhaft! Ach, sorry! Der hat Uno gesagt! Hallo! Ich darf zweimal Uno sagen! Haha! Ich brauche ne... Möööööö! Oh verdammt! Oh verdammt! Das ist meine letzte Fünfer! Scheiße! Oh shit! Oh shit! Wie wir jetzt mit... Ey! Hallo! Ich will auch mal mitmachen! Keiner hat mich Uno gesagt! Oh! Oh! Ja! Das war meine letzte Karte aufgelöst! Leute! Das war ein echt langes Video! Ach, das hat mir echt Spaß gemacht! Lasst ein Like und dann hofft ihr uns! Ciao! Tschüss! Tschüss!